In Syrien hat man gehört, dass man bei Ankunft gleich ein eigenes Haus bekommt. Von Flüchtlingsheimen war nicht die Rede. Und Familien sollten gleich bei Ankunft 5000 Euro bekommen. Alleinreisende 3000. Eine Einladung für ein Leben in Frieden und Wohlstand. Eine Sehnsucht, ein Traum. Und ein Traum blieb es auch. Die Realität ist eine Flüchtlings-WG. Drei Zimmer, fünf Personen, auf dem Land, in der Pfalz. Und niemand hier applaudiert. Am Anfang war das Gefühl wie ein Schock. Ich konnte sieben Tage lang nicht essen und trinken, bis ich diesen Nervenzusammenbruch überwunden habe. Immerhin eine neue Freundin. Mona Kassem will Sherin helfen. Sie kam selbst einst als Flüchtling vom Libanon nach Deutschland. Sie sorgt sich. Es kursieren bedenklich falsche Informationen im Internet. Ich habe vor einigen Tagen eine Meldung gelesen, dass Frau Merkel bis 2017 drei Millionen Flüchtlinge will. Und außerdem hat es meine Mutter ja auch im Fernsehen gehört. Das war ein arabischer Sender. Nicht nur willkommen, sondern gewollt. Das glaubten auch Omar, Jamil und Yaya. Alle haben in Syrien studiert. Sie wollten nicht für ISIS oder Assad kämpfen und sind geflohen. Habt ihr das auch gehört, dass Angela Merkel drei Millionen Flüchtlinge will? Ja, klar. Das haben wir gehört. Als ich das hörte, dachte ich, Deutschland will mich und ich werde hier gebraucht. Das sind gute Nachrichten. Und wir sehen uns nach guten Nachrichten. Wenn du das hörst, ist das toll. Omar zeigt uns weitere gute Nachrichten im Netz. Hier steht, die deutsche Armee spendiert 500.000 Euro, um den Flüchtlingen zu helfen. Und auf dieser Seite, die Regierung schafft in den nächsten zwei Jahren 400.000 neue Arbeitsplätze für Flüchtlinge. Flüchtlinge sind ein großer Gewinn für die Wirtschaft Deutschlands. Wer hinter diesen Nachrichten steht, was falsch und was wahr ist, wissen sie nicht. Die Debatte in Deutschland um Flüchtlinge, die Demonstrationen, weitgehend unbekannt. Aber sie alle würden die Realität, in der sie hier und jetzt leben, gerne kennen. Egal, ob sie schön ist oder nicht. In Syrien hat man gehört, dass man bei Ankunft gleich ein eigenes Haus bekommt. Von Flüchtlingsheimen war nicht die Rede. Und Familien sollten gleich bei Ankunft 5.000 Euro bekommen. Alleinreisende 3.000. Eine Einladung für ein Leben in Frieden und Wohlstand. Eine Sehnsucht, ein Traum. Und ein Traum blieb es auch. Die Realität ist eine Flüchtlings-WG. Drei Zimmer, fünf Personen, auf dem Land, in der Pfalz. Und niemand hier applaudiert. Am Anfang war das Gefühl wie ein Schock. Ich konnte sieben Tage lang nicht essen und trinken, bis ich diesen Nervenzusammenbruch überwunden habe. Immerhin eine neue Freundin. Mona Kassem will Sherin helfen. Sie kam selbst eins als Flüchtling vom Libanon nach Deutschland. Sie sorgt sich. Es kursieren bedenklich falsche Informatikämpfen und sind geflohen. Habt ihr das auch gehört, dass Angela Merkel drei Millionen Flüchtlinge will? Ja, klar. Das haben wir gehört. Als ich das hörte, dachte ich, Deutschland will mich und ich werde hier gebraucht. Das sind gute Nachrichten. Und wir sehen uns nach guten Nachrichten. Wenn du das hörst, ist das toll. Omar zeigt uns weitere gute Nachrichten. Hier steht, die deutsche Armee spendiert 500.000 Euro, um den Flüchtlingen zu helfen. Und auf dieser Seite, die Regierung schafft in den nächsten zwei Jahren 400.000 neue Arbeitsplätze für Flüchtlinge. Flüchtlinge sind ein großer Gewinn für die Wirtschaft Deutschlands. Wer hinter diesen Nachrichten steht, was falsch tunen im Internet. Ich habe vor einigen Tagen eine Meldung gelesen, dass Frau Merkel bis 2017 drei Millionen Flüchtlinge will. Und außerdem hat es meine Mutter ja auch im Fernsehen gehört. Das war ein arabischer Sender. Nicht nur willkommen, sondern gewollt. Das glaubten auch Omar, Jamil und Yaya. Alle haben in Syrien studiert. Sie wollten nicht für ISIS oder Assad.